Hallo, ja ich bin mal wieder dabei, der Server hat sich resettet, tatsächlich ganz andere Leute sind jetzt drauf und in der, ja hab er da nicht gesehen, in der letzten Folge war es sehr harmonisch und da hab ich halt einen Cut gemacht und da sind wir alle zusammen, von hier bis dahin hingewandert zum anderen See, das war schon, für den Sandbox selber schon an die alten Modien Ereignisse. Der Hund tut einer. Jo, wird drin, ich gewinne, ich bin schnell und windig, du holst mich nicht ein. Oh, das ist neig, ne? Sie sind doch innen, da muss man innen. Das war's für heute. 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 Was soll ich hiermit demnächst? so ich nicht so stolz das gesicht könnte in der nachtachs waren ich schon mal mal sehen wann die ersten eier kommen eigentlich sollte man sein es ist auch für sich nicht klatschen aber ich mache natürlich ja 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 ich stecke jetzt ein ei alter so so ich stecke jetzt ein ei ich stecke mich jetzt voll drauf so jetzt wird gelegt kann nur tausend jahre dauern bis ich mir was gekackt habe aus dem internet wortwörtlich da die mutter verlässt dich für glück das ist nicht geschlüpft was soll ich hier machen das ei eines tages ei komme ich zurück da ich glaube ich würde jetzt voll irgendwas platten lassen was geht denn da ab ich bin zu retten da scheint jemand hunger zu haben und meine hungerleiste geht auch leider zu nahe gell ich kann hier eh nichts platten Früher hatte man noch ein Rüro gehabt. Und man Blatt machen konnte. Jetzt ist es so. Das ist keine Saug mehr Pflanzenfresser, weil hier man einfach nichts mehr fressen kann. Aber wo sind die alles? Och, Karin. Ich hab keine Ahnung. Bist du schon da? Nö. Ich hab keine Bock. Das ist der Kuckuck, wo der anorexin ist, ey. Er muss am Erkohlen. Ich muss mich langsam vergeben auf... Ich muss doch fressen, Territorium. Äh, mal trinken, mal süffeln, dann Abwasch. Das ist der Kuckuck. Ich wandere jetzt mal zum anderen See. Hier gibt es ja nichts. Sind alle irgendwie schwul oder verschwunden. Möge. Möge. Hey, they jump. Die sind da drauf. Ein paar Wunsch und getötet. Ich muss jetzt mal die Leichen suchen gehen. Da ich sowieso erst drauf da nichts versetzen kann, dann muss ich sowieso jetzt erstmal bei Fressen suchen gehen. Wem ist jetzt jeder verdammter Sack groß? Tatsächlich kann ich auch nichts erlegen. Mann! Das würde mir nur eine Leiche ausreichen. Die liegen bestimmt hinten am Sporn. Ich sollte zuerst da hin kleppern, oder? Ach, du schiesst. Ich sollte mich ausruhen. Ich brauche jedes Stamina, die ich kriegen kann, ey. Eigentlich brauche ich nur diesem Heilboot zu folgen, bis wir irgendwie in den Beiß. In der Hinsicht. Let's go. Das ist zu. Das war's. Guck, warum kommen die? Wie kommen die von da hinten? Mich sieht man fast sowieso nicht, weil ich so ein kleiner Pickel bin. So ein kleiner Pickel! Die Nerven! Irgendwo höre ich die Brülle! Das ist schon ein kleiner Hut auf! Das war's. Tönein! Das ist schon ein kleiner Häuser! Das ist, was ein kleiner Töne zu tun. Dann muss der Fallen! Schalten Sie von der Bühne! Tönein! Soh Wo wurden die rumgebracht, ey? Hier, das war mal aus. Hier! Bleu! Es geht gleich die Action los. Es geht gleich. 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 Es geht. Es geht gleich. Es geht gleich. Es geht gleich. Es geht gleich. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht.